43 cm große Dainichi Kohaku auf der Linie O1, auch ein zweigesteppter Fisch. Schönes Kopfhurt, das Kopfhurt sitzt schön auf der Schädelmitte und hat die weißen Planken von den Wangen, die weiße Nasenspitze. Das wirft einen ganz hervorragenden Gesichtsausdruck aus. Wir haben dieses zweigesteppte, ganz klassisch, rückensklause freigestellt, schwanzklause freigestellt, ganz sauberer Dainichi Kohaku. Super schönes Tier, mit ein paar wenigen Kristallen in der Haut, wirklich sauber. Untergebracht bis zum Passant KT7.